Hallo und Glück auf zu einem weiteren Legenden-Talk, diesmal nach einem Auswärtsspiel. Der FC Schalke 04 war beim FC St. Pauli zu Gast. Ergebnis kennen wir, 3 zu 1 verloren. Lass uns erstmal über das Spiel reden. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Ich meine, wenn man das Spiel so gesehen hat, dann ist das Ziel von St. Pauli auch verdient. Von daher muss man sagen, das war einfach zu wenig. Von unserer Seite. Natürlich muss ich auch wirklich sagen, diesen Elfmeter, wo man die geben muss, das ist wieder die andere Frage. Die Diskussion war sowieso, Elfmeter, ja oder nein. Und ich meine, es war auch keine hundertprozentige Torschance da. Und deswegen hätte ich persönlich den Elfmeter nicht gegeben. Und der hat Bote ihn am Anfang auch nicht gegeben. Er ist unter Keller, wieder ihn darauf hingewiesen und ist er rausgegangen. Und ja, damit muss man leben. Und wir haben ja dann den Ausgleich geschafft. Ja, aber wir haben dann nicht weitergemacht. Wir haben wieder locker gelassen, alles nicht mehr konsequent. Ja, und da kam der Gegner ins Spiel. Und dann, natürlich war man nicht konsequent in der Abwehr. Weißt du, wie die das Tor dann gemacht haben. Das darf es einfach nicht geben. Also ich meine, die Situation zu dem Elfmeter geben, klar ist ja recht, das ist mittlerweile eine Farce, was da abläuft. Da weiß es mittlerweile ja gar keiner mehr. Ist es das Handspiel, darf man grätschen, darf man nicht. Aber für mich war ja auch viel wichtiger gesehen. Und das ist meine Meinung. Ich habe den Eindruck gehabt, dass Tempelmann nicht reinspringen sollte. Ja, so eine Art Grätsche da machen sollte. Sondern er hätte sich vorstellen sollen. Er hätte schneller hinlaufen können und dann hätte er sich anschießen lassen können. Ich weiß auch nicht, warum der da reingrätscht. Also das ist für mich eine Geschichte, die ich wieder nicht verstehe. Ja, also dass dann Elfmeter gepfiffen wird. Ja, oder eben geguckt wird, ob der Handball, war ja Handspiel. Also ich habe erst gedacht, das wäre aus dem 16er gewesen. Aber ich frage mich persönlich, warum läufst du da nicht hin? Warum wird es so reinspringen? Also das bringt doch gar nichts. Erstmal machst du dich viel kleiner, weil der Ball über dich rüber geht. Und deswegen habe ich das nicht ganz verstanden. Deswegen, wenn ich vor ihm stehe, dann ist die Wucht viel größer, als wenn ich da reinspringe. Und zum Spiel so gut, dann haben wir es 1-1 gemacht. Aber man muss auch dazu sagen, dass St. Paul die Haufen an Chancen hatte. Also wir hätten auch 2-3-0 in den Rufstand geraten können. Und ja, zum Glück war es nicht so. Ja, und dann, wie der Klaus schon sagte, dass Paul da jetzt so ein Tor macht aus dem Nichts eigentlich. Es war ja jetzt nicht irgendwie eine tolle Flanke, sondern es war ein Pass im 16er, dass er so einen Fuß gewählt hat. Okay, da war jetzt auch noch ein bisschen Glück. Aber er hat wieder eins gemacht. Er hat schon drei Stück geschossen. Also die, sag ich mal, die Quote ist gut bei ihm. Aber mittlerweile ist es ja wirklich so, da war eine Diskussion auch im DSF. Mittlerweile muss er mit Handschellen spielen, damit die Hände nicht mehr nach vorne kommen. Es waren ein paar Situationen, wo sie gezeigt haben, wo nie im Leben eine Elfmette ist. Aber es ist nun mal so, es sind alles keine Fußballer gewesen. Die Hände haben von daher wenig Ahnung. Und ja, da müssen sie eben nehmen, wie es ist. Also ich glaube, er hat ja selber den Eindruck gehabt, er ist zu spät und springt dann mit voller Wucht rein, wie sie überall sehr hektisch reagiert haben im Strafraum. Aber glaubt ihr wirklich, wenn dieser Elfmeter nicht gegeben worden wäre, wäre das Spiel anders ausgegangen? Das kann man alles nicht sagen. Aber der Abi hat ja gesagt, er muss hinlaufen, gar keine Frage, stehen bleiben. Warum reingretschen? Da schießt er dich an, dann ist alles so in Ordnung. Aber nur in dieser Situation, natürlich war das ungekriegt, das muss man auch so sehen. Aber die haben sie gepfiffen, gab sie den Elfmeter und aus. Er hat mir nun schon gesagt, das ist jetzt gerade, René, das ist ja eine Sache. Wir haben ja zig Chancen gehabt. Also wir sind ja umgelaufen, am Anfang bin ich in Hühneraufen da. Keiner wusste, was los ist. Es war keine richtige Struktur in der Mannschaft gewesen. Ja, und klar kann man in St. Pauli unter Druck kommen. Aber man hat doch einen Kopflicht verlieren. Ja, dass man da kreuz und quer irgendwo hinläuft, das ist absoluter Schwachsinn. Ja, wenn ich eine Zuordnung habe gegen den eventuell, was ich jetzt wieder gehört habe, dass Reis gesagt hat, du spielst gegen den, du gegen den, dann bleibe ich aber auch dran. Aber wenn der irgendwo anders weiter wegläuft, also ins Spiel, der läuft auf die linke Seite, dann laufe ich dem doch nicht hinterher. Dann gucke ich, dann wird er übernommen. Ja, und das glaube ich auch, dass einige Spieler bei uns das überhaupt nicht verstehen, was Reis, was Reis denen sagen will. Die sollen sich mal alle überlegen und sich mal vielleicht zusammensetzen, bevor sie irgendwie Kritiken in der Zeitung oder im Fernsehen machen. Ja, und wenn einer vom 80. Minute rausgenommen wird und zieht so eine Fresse, auf deutsch gesagt, und marschiert da an der Bank vorbei, ja, dann soll er sich mal Gedanken machen und nicht solche blöden Äußerungen von sich geben. Ja, das haben wir früher auch gehabt. Da kamen zwei, drei Mann Jungs hin, wenn du rausgenommen worden bist, die haben dich da gepackt und dann wurde darüber diskutiert. Aber hier wird immer gleich sofort diskutiert, warum? Er ist schlecht gespielt, dann halte ich die Klappe und setze mich da hin. Aber doch nicht immer hier sofort in die Presse rein und sage, oh, der Reis hat das falsch, der macht dies, der macht das. Ja, wir wissen gar nicht mehr, was wir machen. Also ihr habt ja schon die Brücke jetzt geschlagen zu diesem Interview von Timo Baumgartel. Ja, ich höre heraus, ihr fandet das nicht so gut. Es ist ja so, wenn irgendwas, wo ich meine, es ist nicht in Ordnung, gibt es einen Kapitän, es gibt einen Spielerrat und da spricht man drüber, aber intern und auch mit dem Trainer. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch mal zu einem Trainer, der ein guter Fußballer war, habe ich zu ihm gesagt, du bist der berlinischste Trainer, den ich je hatte. Aber das war ein Grund, weil er behauptet hat und gesagt hat, ich wäre der Rätselführer gewesen für eine Aussprache, die wir als Mannschaft taten, gegen ihn. Und da stimmt die Hände um vorne nicht. Und da habe ich mich gesagt, nur was heißt Händenreißen, habe ich doch gesagt, aber nicht in der Ersterklick. Aber René, wir machen natürlich auch einen Fass nach dem anderen. Fährmann, erster Fass. Dann kommt ein Spielervermittler daher und quatscht rum und Fährmann wird da für eine Woche weggenommen aus dem Verein oder was. Jetzt schon wieder. Ja, dann gehe ich zu dem hin, so, weil immer zu meinem Freund, du hast Scheiße erzählt, da muss, aber das wird in der Mannschaft zu wenig diskutiert. Ja, entweder haben sie nur Angsthasen in der Truppe, dass keiner was sagen will, nur hinten rum. Ja, dann gehe ich zum Trainer hin oder Trainer, also man meinen sie nicht, wir sollten vielleicht was anderes ausprobieren, wir sollten vielleicht mal mit drei Mann nur hinten spielen, weil wir jetzt genug gleichwertige Spieler haben. Das heißt, gleichwertige Spieler in dem Sinne, dass du vier oder vom Vierzehnten spielen lassen kannst, auf der Position, in der Innenverteidigung, dann kann ich auch mit drei Mann spielen. Also das sind so Sachen, die mich mehr interessieren, als wenn da so ein Junge da herkommt und blöder Rumquatsch. Aber auch, musst du ja mal schauen, wie spielt er eigentlich? Und dann nicht in der Öffentlichkeit. Wenn ich halt überragende Leistung bringe, kann ich intern mal sagen, hallo, so geht es nicht. Aber wenn ich selbst keine Leistung bringe, dann muss ich ja ganz ruhig sein. Und jetzt müssen Sie das Problem schnell lösen. Das nächste Spiel in Paderborn, das steht schon wieder an. Und wenn das nicht intern geregelt wird, und verlierst dann in Paderborn, wo auch nicht so leicht zu spielen ist, dann hast du die Probleme ja wieder. Wir müssen die Probleme lösen. Aber in erster Linie, die Mannschaft spielt. Der Trainer spielt ja nicht. Der stellt die ein. Und ich glaube, dass er sich vernünftig einstellt, ob er jetzt einen gewissen Teil aus Montag oder in dem Raum spielen lässt, das wissen wir ja nicht. Das ist dahingestellt. Aber wenn ich die Aufgabe kriege, habe ich sie zu lösen. Und das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Wie löst man das Problem intern, wenn man dem Glauben schenken darf, dass Teile der Kabine nicht mehr so auf Seite von Thomas Reis sind? Ja, aber das weiß man ja nicht. Das sind ja alles Spekulationen. Es ist immer so, wenn ein Spieler nicht spielt, dann ist er sauer. Das war schon bei uns früher so. Das wird noch in 100 Jahren sein. Wenn du den siehst, der Tuchel holt den Kehlen runter fünf Minuten vorm Spielende. Da guckt er den an und marschiert raus, sagt aber nichts. Und das sind 100 Millionen, Mann. Und oben die Tribüne, du kannst mir natürlich glauben, dass der Uli Höhner ist und der kann auch unbedingt da oben sitzen und sagen, naja, gut, dann holt er den mal runter. Warum? Auch Tuchel macht Arbeit. Er sagt, ja, ich muss gucken, dass ich alle gut bediene. Also der Müller steht da, holt er den Müller rein, dann ist der Müller wieder glücklich, kriegt seine Prämie und, und, und. Aber das ist jetzt hier bei uns eine ganz andere Situation. Wir haben von vornherein gesagt, wir wollen aufsteigen. Ich habe gesagt, es ist blödsinnend zu sagen, dass wir aufsteigen. Ich glaube, dass der Thomas Reiß jetzt sich schon 100 Mal geärgert hat, dass er das gesagt hat. Aber der hat auch ein bisschen Druck gekriegt, weil Schalke ist ein großer Verein. Ja, und deswegen glaube ich, ich glaube, dass er dadurch den Deckel ganz schön zum Kochen gebracht hat. Ja, und jetzt sind die natürlich alle untereinander, weil sie alle glauben, in Schalke spielen sie. Und dann steigen wir mal schnell auf. Und dann merken sie, dass es auf einmal gar nicht so einfach geht. Es ist gar nicht so einfach, in dieser Liga immer kurz nach oben rauf zu kommen und zu sagen, wie werden wir hier schnell Meister und steigen wieder in die erste Liga auf. Nee, das geht überhaupt nicht. Also du musst das hier, hier musst du das zeigen, ich will. Ja, dass der Trainer auch Probleme kriegt. Ich glaube, jetzt muss ich einen anderen aufstellen, aber das geht nicht, weil die Jungs richtig Gas geben und auch Spiele gewinnen und nicht so auch so riesen Fehler machen. Und, das haben wir auch schon öfter gesagt, die Leute, die der Gegner spielt gegen Schalke 04 oder gegen HSV. Da sieht man, der HSV, der hat zwei Spiele verloren gegen Aufsteiger. Ja, von nur ein bisschen laufen geht es nicht. Du musst annehmen, die zweite Liga annehmen und musst feiern von der ersten bis zur letzten Minute. Sonst gewinnt es die Spiele nicht, weil die anderen machen das ja. Und vielleicht, René, ich glaube, jetzt haben wir ja wieder drei Mann gewechselt gehabt in der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob der Reis sich damit im Gefallen tut, tausendlos die Mannschaft. Taktisch, ja, Mittelfeld oder in Abwehr, ja, vorne jetzt, der mit Torodde war ja weggewählt, dass er sich, der muss jetzt mal langsam seine Elf finden, ja, und dann muss er die Konkurrenz, die da auf der Bank sitzt, ja, die muss brennen, um reinzukommen und zu sagen, ich bin besser. Aber nicht, wenn ein verletzter Spieler, ja, kommt und gleich wieder spielt. Also auch ein gesperrter Spieler, also ist ja nicht so, als wenn wir... Du sprichst jetzt von Schallenberg. Ja, von Schallenberg, der kann nicht sofort rein wieder und spielt auch nicht gut. Ist ja nicht, der hat ja nicht gut gespielt. Ja, also die Truppe, die jetzt hier zum Schluss gespielt hatte, hier gegen Magdeburg, ja, dann lasse ich die stehen. Ende raus, dann lasse ich, ich lasse sie mal laufen. Ja, das ist auch, dann sage ich mal, dann sieht man doch die Konkurrenz, weil wenn du jetzt im Endeffekt immer siehst, wenn einer verletzt ist, der kommt, der wieder spielt. Warum? Da soll sich erst mal auf die Bank hinsetzen. Der soll jetzt mal konsequent, und da würde ich dem Thomas wirklich sagen, Thomas, tut dir den Gefallen, nimm eine Elf und lass mal durchspielen. Lass durchspielen. Wenn gewonnene Mannschaft niemals auseinanderreißen, niemals. Das hat man schon früher bei uns nicht gemacht, wenn eine gewonnene Mannschaft gewonnen hat, dass man die Mannschaft dann auseinanderreißt, nur weil der eine wieder fit ist. Das gab es. Wollen wir was Positives noch besprechen? Michi Langer zum Beispiel, der in Magdeburg quasi in letzter Sekunde gerettet hat und jetzt gegen Pauli ein super Spiel gemacht hat. Da gibt es gar keine Debatte drüber. Der hat gut gehalten, 38 Jahre, er freut sich, dass er spielen konnte, weil er hat ja nicht so oft gespielt, er saß meistens auf der Bank und so weiter. Und das war positiv. Was auch einige, es sind ja nicht alle, die die Leistung gebracht haben. Es sind einige dabei, die haben ja alles gegeben. Und dann ob wir die Qualität haben, ja, das wird man am Ende der Saison sehen, aber bis dahin ist ja noch viel Zeit. und wenn wir, wir kriegen es dann mit, bei den Halbspielen, wenn die, die in der Nordkurve, oder auch alle, wenn die merken, hallo, die Jungs, die gehen drauf, jeder für jeden da, dann, da steht ihr voll hinter denen. Und das muss ich sehen. Und anders, aus meiner Meinung, geht es nicht, weil spielerisch, da haben wir die Gegner spielerisch auseinandernehmen können, das kam nicht. Ich fand auch positiv, dass dieser Jusuf da, der hat für mich ja so, meiner Ansicht nach, ganz gut gespielt. Er kam für Tobi Bohr gegen Magdeburg auf der rechten Seite. Also meiner Ansicht nach, ganz gut gespielt, war ein bisschen unglücklich, weil der Chance, die er da hatte, aber ich glaube, der hat auch so ein bisschen die Hose voll gehabt, so hektisch zu schießen, also da hätte er sich mehr Zeit lassen können. Aber daran kannst du sehen, dass es noch ein bisschen unerfahrener Junge ist. Aber das ist doch gut, dass Reis die reinschmeißt, ja, dass der sagt, du, ich mach das jetzt mal und ich fand, ich fand, der hat gut gespielt und ja, das war für mich eigentlich, natürlich der Torwart hat gut gehalten, einigermaßen gehalten, gut, wenn du drei Stück reinkriegst, ist es immer so, dabei war er noch ein Elfmeter. Aber ich, ich hab nichts Positives eigentlich so richtig gesehen, außer dass Bolte jetzt wieder einen Tor gemacht hat, da haben sie ihn für ihn gestellt und sein drittes Tor mittlerweile, also das ist auch okay, ja, aber sonst ist, ist nicht viel aufzunehmen, zu fallen in der Mannschaft, ja, entweder verstecken sie sich alle, ja, oder die sind so, wie gegen Magdeburg, dass auf einmal so ein Knick reinkommt, dass es doch wieder geht. Und ich muss ehrlich sagen, ich hab auch Mittelstürmer gespielt und ich weiß auch, wenn von außen nichts gekommen ist, hänge ich auch in der Luft oder ich kann vielleicht ein guter Weg laufen und deswegen ist es, ob der Rote spielt, ob der Bolte spielt, wir müssen schauen, dass wir eben außen die in Schussposition bringen, ja, 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 der Harry Kane kommt nach München, München hat ja einen Mittelstürmer gebraucht, hat er mit dem Lewandowski gewählt, aber da kommt was von außen, da kommt auch Tore schießen, aber wenn nichts kommt, da geht's nicht. Und da müssen wir eben kommen. Jetzt stehen. Es kommt noch Auro dazu. Wir haben jetzt 15 Tore reinkriegt, in sieben Spielen, und ich meine, das ist ja nicht gerade viel, das ist gerade viel, aber man muss ja auch mal zur Null spielen können, hinten, so egal wie auch immer, du kannst doch nicht pausenlos ein, zwei Tore reinkriegen und dann hinterherlaufen. Ja. Ja, also so offensiv spielen wir ja nicht, dass wir sagen, wir spielen jetzt hier mit vier, fünf Mann offensiv und dann sind nur noch drei Mann oder zwei Mann hier ausgekommen und du wirst zu Hause auch ausgekommen. Das funktioniert nicht. Also ich habe immer gesagt, Mittelfeld, Sturm und Abwehr, die müssen enger zusammen sein, ja, und, und, und. Aber wenn ich die Tore sehe, was wir reinkriegen, auf das dritte Tor, gut, das war jetzt so ein angeschossener, ja, aber Kaminski lässt sich da ausspielen. Der geht nicht richtig drauf, der geht nur noch links, schießt den Hand, der Junge will an die Seite gehen und kriegt den hier oben unglücklich drauf und Tor. Aber da muss ich doch als Abwehrspieler drauf gehen richtig. Nicht so, so, so ein Bein laufen, weißt du, also schieß mal, ich probiere trotzdem mal meinen Fuß hinzuhalten. Funktioniert nicht. Und wenn genügend Leute hinten sind, und da waren ja genügend Leute auch beim zweiten, da muss ich konsequenter hingehen. Die spielen ja zu Hause, jeder im Strafraum, der macht dann das Tor, weil zu viele Zuschauer dann sind. Weil keiner die Verantwortung gibt, du gehst, da gehst du mal hin, gehst du mal drauf. Und der nächste auch. Dann passiert das auch nicht. Aber, es ist passiert und sie müssen daraus lernen. Und die Zeit ist noch da. Ach so. So ist es ja. Aber knapp bis zum nächsten Spiel. Bis zum nächsten Spiel knapp. Gar keine Frage. Natürlich hat jetzt die vorne in der Spitze stehen 14 Punkte, 7 Punkte mehr als wir. Aber man sieht das selbst. Zwei, drei Spiele hätte da gewonnen, bist du sofort wieder dran. Und dann ist die Rückrunde auch da. Aber du musst, jetzt muss es kommen. Die Unruhe muss hier raus. Die Unruhe muss hier raus. Es geht doch immer mit dem Vorstand, dann ist der Vorstand nicht da. Dann der Aufsichtsrat fährt nicht hin und dann ist dies und jenes. Es wird jetzt nur noch den Brett gewürgt. Im Verein, jeder macht nur noch Fehler. Ja. Klar machen sie alle, jeder macht mal Fehler. Ist sogar kein Thema. Aber man soll jetzt nicht so rumrühren oder sich zu verstecken. Nein. Die Leute, die hier die Verantwortung haben, dürfen sich nicht verstecken. Ja, die müssen in St. Pauli sein. Und wenn der ganze Aufsichtsrat da ist, die müssen sich das Spiel angucken. Es kann nicht sein, dass da gar keiner von denen da ist. Tut mir leid. Ja, aber so ist das im Fußball. Der Hummel nicht oder die Fahrer auch überall hin und gucken sich das Spiel an. Ja, und von uns ist keiner da. Also das war jetzt auch für mich ein bisschen überraschend. Wo ich gesagt habe, also hallo, dann brauche ich auch gerne mehr hinfahren. Also klare Ansage an alle Verantwortlichen, Ruhe im Verein, mehr beteiligen. Ja, aber was noch als Abschluss vielleicht die Frage, wie kriegt man in fünf Tagen, wenn ihr eine Niederlage früher einstecken musstet und ihr seid eh schon angeschlagen von der Psyche, wieder verloren. Was macht man in den fünf Tagen? Was wäre, was habt ihr früher gemacht? Sprechen untereinander. Die ganze Truppe muss miteinander sprechen. Da gibt es Zeit genug, um sich zusammenzusetzen und Tacheles reden, auch auf Deutsch, innerhalb der Mannschaft auch. und ja, dann eben, nach Brause eigentlich, das ist ja nur so, und so, Quark. Du musst sie mit der Truppe zusammensetzen, muss auf den Tisch gehauen werden und dann muss, wie Klaus gesagt hat, muss gesagt werden, was machen wir auf, du machst scheiße, du machst Mist, ja, was ist los mit euch? Und das ist einfach so in der Mannschaft, wenn sich alle nur abtauchen und hoffen, ja, am Freitag, dann wird es vielleicht gehen, dann wird es vielleicht nicht gehen. Und beim Training Gas geben. Ja. Die ganze Woche haben sie Zeit und nicht hier, bis Freitag sich unterhalten, was da ist und war und so weiter, das geht nicht. Da muss man drüber reden, früh genug abhaken und Gas geben, so. Und da am Platz, da kannst du immer alles sehen. Ich, hör mir das gar nicht an, ich selber, ich gucke, was ich hier sehe und da mache ich mein Urteil. Ja. Schönes Schlusswort. Dann danke ich euch und dann hören wir uns nächste Woche wieder nach dem Spiel gegen Paderborn. Hoffentlich positiv. Hoffentlich positiv. Danke und Glück auf. Glück auf. Danke. Danke.